Guten Morgen Frankfurt, halb drei in Deutschland. Jemmo ist aufgewacht, ins Studio getalkt mit zu Albo, Albotronic zu meiner Rechten. Dem gerade hierfür ich bin FFM, den Exclusive Track auf. Fragt mich in dein Interview, wissen wir noch nicht. Ja, geht durch. Stell dich mal vor, falls die Leute dich nicht kennen. Wie lange rätst du und sag uns wie's läuft. Ich hab gehört, du kommst von der Straße. Manche sagen, dass du Drogen verkaufst. Man erzählt, du hast Ziggo geritt. War der Track deine Idee? Ja oder nein? Du lebst in Vorheim, da chillt doch das Gesocks. Was machst du später? Hast du Pläne für die Zukunft? Wie kamst du drauf auf das Mietwagen-Tape? Also, bist du gut mit Chilo und Abdi? Wann kommt ein Album, sag, wer ist alles drauf? Ja, du hast dich nicht gehört. Ja, du hast dich, Italien. Geh, Perfüste. Dann solltest du dich. Dann solltest du sicher eine Sache sein. Das ist alles.